So, mal wieder an der Runde hier Bro-Bot. Ne, das Spiel heißt anders, aber wir sind die Bro-Bots. Die Bro-Bot-Brüder. Oh, ich kann einen Schritt mit Kettensäge nehmen, Alter. Da gab es nur MP, Tomahawk, Leuchtpistole und Ornissenbogen. Die sind explosiv, da tötet sich auch Polon, Spritzgewehr. Und diese prallen ab. Ich glaube, ich nehme eine Kombikanone, die sieht so süß aus. Ah, das ist auch so ein Überhitzungs-Ding. Und los geht's. Auch hier auf ihm. So. Da ist ein... Nein, ich habe vergessen, nachzuladen. Gut. Gut. Dann komm mal. Und dann komm mal hier. Kriegst ihr Leben ein. ich gehe freiwillig runter weil dort kann sich kaum bewegen erst mal leben weg ist erhöht alle vier schüsse den folgenden schaden schuss ist eine warum 60 prozent das hört sich gut an sagt ein jahr gott zündpistole dachenmörser energiezelle danke hier schon mal weiter weil da oben leuchtet die autos kann man denn da hinkommen das war um da hinkommt sieht man so aus dass man sein könnte da muss theoretisch irgendwie hinkommen können hat von hier für recht er bei mir diese gitter kann man irgendwie aufklappen oder hat man sich mit der zeit runter oder keine ahnung sonst nicht wie schuld gedanken verloren dann nach oben grenzt erst mal in die gegner menge rein da ich jetzt mit den granaten da hat der politik bei einer waffe gleich irgendwann wechseln weil die keiner nicht nachlegt ja ich glaube das reicht aber wenn du wenn die halt in die zu 100 prozent hier der dinge hat dann müsste dann glaube ich auch machen ja aber die pro warte lange wissen die ist aber die sehe ziemlich gerne und gott neulich mehr genommen ab ja auch wie man da oben hinkommt jetzt kann man gucken habe ich jetzt diesen müssen noch die schlüsse sind also noch für diesen waren erhöht das nachladetämpfung waffen in der tasche um 150 prozent dort nehme ich danke wir haben ein paar schufte vor uns ja einmal bitte heilen dankeschön und datenprotokoll ich habe keine da kommen ja rein hatte ich ja ich glaube die sind dann die sind ja du brauchst viel mehr genau ein das ist jetzt die frage kann man hier noch irgendwas finden aber das sieht nicht so aus hier kommst du nirgendwohin ich mag ich meine tamper ist nicht schlecht aber wenn sie klappen eben bei der wütze glaube ich und mit der granate als kombination noch hat noch kriegt die granate ist cool wir haben dort noch ein item krieg von explosions schaden erhöht so und diese karten sind erhöht die effizienz und reparatur zählt und per robot um 15 prozent nämlich weiß zwei sterne ja kannst du wohl doch schon relativ es gibt achievement wenn du im spiel mit dem partybus springst das zählen so kann man hierher hat eine hier ist zugang verweigert ach guck mal den schrottstrahl kann ich jetzt upgraden wenn ich zwei dinge zur kasse den hier aufstehen also ich habe hier schon mal gräden ja könnte den abgräden ich quasi genommen habe ich habe jetzt mal er ist eine chance das so ja stimmt aber das erledigen eines gegners hat eine chance zusätzliche sechs reparaturzellen fallen zu lassen ja auf jeden fall gut dann weiter jetzt ich mir euch ich mir euch ich bin direkt scheiße bewegt sich von alleine es ist da ist ein schieben bot habe ich ja okay den der richtigen auch noch einen weg weiter also einer dieser dicke der macht ab dieser lirne ja ich war gerade das attacken quasi ja für mich war betäubt ja jetzt bei mir auch sollte dieses kurze quicktime event machen jetzt zum lück bei mir aber nur dreimal ist ja ich müsste sein war drücken die die kombination hätte gefällt mir nicht war aber richtig der der komische leser ist nein geschafft so wirst du nicht auf ich glaube ich bin so dumm für diesen einsprung ich glaube jeder ist auf wenn ich da bin wieso bleibt sind danke man erkannte enge blieben jedes mal oder traktor im geld weiß ich auch nicht an die zähler energiezelle dies ja ja weil er jetzt sportstrahl hier weiter aufwärten ja ich würde mich auch gern die hier stärker machen natürlich nicht geil ja auch 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 richtig der mensch rein gefällt mir nicht au 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 können uns auch keine ruhe hier die man verpülen lassen einungspaktion wirklich begrüßen weg mit euch wollte ich bin noch die reine keine ahnung aber da ist ja ja mach mal ein laser schweil des todes macht doch muss sie nicht extra sagen dachte ich gehe auch noch mal sicher ganz viel heilung ganz schnell dahin das ist ein bonusgebiet hier dann versteckte zuflucht ja hier ist dieser wurf schwer lassen freigeschaltet baldläufer badehose geben kann ich nicht aufsammeln ja cool hier geht es weiter das ist auch ein neuer vorteil mal eben kurz machen ja ich nehme lieber dass ich bin nicht schaden kriegt dadurch weniger schaden kriegt ja der ist weggekommen schade ok mit klub kann man eine karte aufmachen übrigens da ja habe ich gerade auch rausgefunden wo hat er mich da mittendrin betäubt ja hier ist geht weiter hier ist der typ den ich gekauft hatte kerze 6 weiter erhöht den sondalen von nahe kam es erhöht den schaden durch verbrennen um zehn prozenten bringt ich habe nur drei energie zu ändern von daher habe ich habe genau 6 tatsächlich ich habe meine waffe ging es ordentlich aufgerüstet gehabt ich da noch nicht dadurch nicht genutzt ich habe auch nicht zu lange auspielen jetzt kriegst du halt irgendwie die energiekügelchen nicht mehr die heilkügelchen naja das ist schon gut darauf ausgelegt dass du ein bisschen panik machen musst ich muss ein bisschen weg bis da ja was ich muss auch gucken oh oh gott weg mir euch was ist denn hier los an allen seiten aber auch ja naja hö au ob es dann der mensch kriegt doppel ist ja ja ok die kannst du legen und dann kannst du die mit der mit der anderen sind es ganz schön die turnieren lassen aber nur schrottstrahl sportzahl laser wir öffnen und der boss kommt alle zwei sekunden das wird durch das zuführen von kürzelsbaden die bastion ab mit zehn prozent produziert oder nachladet ihm bei enix brauchen meines nicht ich habe nur drei zellen ich kann nichts kaufen ich habe sie ihm andere boss witzig explosiv an da ist säure die arena ja 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 Das ist ja arzi Ouch Oh da ist irgendwas E was ich wollte gemacht hat der tat weh auch noch mal die scheiß dingens gefallen das ist ja schon mal cool hat sich auch der der boss am ende ändert was man schon in den gleichen erstmal leben neues upgrade top qualität aktiviert ist erhöht sich die waffen aufgeschaut ist in top qualität schneiden also bin zu blöd um hier die so mini grille wenn im weg ist höchst nicht elementar schaden das kann ich immer mehr sochten sehen ein datenprotokoll da ja das macht habe ich normalen schaden nehme ich das mal gar nichts hier und gar nichts auswählen so der schuss von temposchuss hat eine chance von 100 prozent auf geht auf autotreffer da hat es noch mal geguckt hat ja da oben war aber nix drin für mich vielleicht jedes secret nur einmal findbar wirklich auf geht's ja dann party das ist besser als wohin die runde finde ich für mich jetzt so schadenstechnisch fühlst du es besser an alter ich hänge fest das ist nicht ouchi so das ist aber ville Ja. Ja. Wo ist er? Heikewehr. Ja. 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 zu viel dazwischen 14 und 12 auch da gibt es in einer lille an area auch das war so ein charger ja habe ich gesehen ja perfekt die dreckste aus tics ja nee ist klar welchen seiten kommt denn alles sind auch noch die herkette ignoriert er diese kügelchen wieder noch zusätzlich fliegen das ist nicht das richtige für mich gerade ich muss ja geht es jetzt anders quatsch ich moment die ich habe ich habe zwei leben ja das ist überhaupt für ein loch kann man anscheinend naja wenn wir sehen auf jeden fall ein vorteil und kann sich meinen stadion ticket aufsammeln aha okay das ist ein braunschlüssel der 10 von reparaturzellen auf 15 prozent das glaube ich ganz nice erhöht nachladetippe um 20 prozent bei leerem magazin er zieht das auch für die offer ich bin hier nichts zu sein wir sind jetzt so haben sagt wahrscheinlich aber naja ich mache sie nix was passiert hier haben wir keine ahnung warum und was ist am happy ding ja dann hat sich so läuft eine leiste ab und ich habe keine ahnung was hier passiert dann läuft eine zeit ab wir müssten noch scheinen wir müssen vorankommen müssen die meter machen so wie er aussieht ich glaube alles killen ist hier nicht alter was ein problem da ich bin geheckt ich kann mich nicht bewegen ja ich bin alles hier ist jump boost ich wollte mich auch nachfallen was nicht gut das ist gar nicht gut im skil wir haben nur eine gute zeit für 2 80 meter oder keine ahnung ich bin heftig okay alter schwede gut das ist ja gemeint fortsetzen ja aber wieder ein bisschen weiter gekommen mehr action gehabt oder waffen wieder gefunden hoffentlich jetzt was gemacht und dann neuen charakter freigeschaltet neuen charakter freigeschaltet schlüsse gekriegt von naja beim nächsten mal kann es noch besser werden tschau 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 tschau